Aus die Geschichte des verstorbenen Mr. Elvesham von H. G. Wells Ich schreibe diese Geschichte nicht in der Erwartung nieder, dass man sie glauben wird, sondern um, wenn möglich, einen Ausweg für das nächste Opfer aufzuzeigen. Vielleicht kann derjenige ja von meinem Unglück profitieren. Mein eigener Fall, das weiß ich, ist hoffnungslos, und ich bin jetzt bis zu einem gewissen Grad bereit, mich meinem Schicksal zu stellen. Mein Name ist Edward George Eden. Ich wurde in Trentham in Staffordshire geboren. Ich verlor meine Mutter, als ich drei Jahre alt war, und meinen Vater, als ich fünf war, worauf mich mein Onkel, George Eden, als seinen eigenen Sohn adoptierte. Er war alleinstehend, Autodidakt und in Birmingham wohlbekannt als unternehmungslustiger Journalist. Er erzog mich generös, befeuerte meinen Ehrgeiz, in der Welt zu Erfolg zu kommen, und bei seinem Tod, der vor vier Jahren eintrat, hinterließ er mir sein gesamtes Vermögen, einen Betrag von etwa 500 Pfund, nachdem alle abfließenden Rechnungen beglichen waren. Ich war damals 18. In seinem Testament wies er mich an, das Geld zum Vervollständigen meiner Ausbildung zu verwenden. Ich hatte mich bereits für die medizinische Laufbahn entschieden, und durch seine posthume Großzügigkeit und mein glückliches Geschick beim Wettbewerb um ein Stipendium wurde ich Medizinstudent am University College London. Zum Zeitpunkt des Beginns meiner Geschichte hauste ich in einem kleinen, sehr schäbig möblierten und zugigen Obergeschosszimmer in der University Street 11a, das auf die Rückseite der Schoolbread-Gebäude hinabblickte. Dieses kleine Zimmer benutzte ich, um darin sowohl zu wohnen wie zu schlafen, denn ich war bestrebt, meine Mittel bis zum Wert des allerletzten Schillings auszunutzen. Ich war eben dabei, ein paar Schuhe zum Reparieren in einen Laden in der Tottenham Court Road zu bringen, als ich zum ersten Mal dem kleinen, gelbgesichtigen alten Mann begegnete, mit dem mein Leben jetzt so unentwirrbar verknüpft ist. Er stand am Bordstein und starrte unschlüssig auf die Nummer des Hauses, als ich die Tür öffnete. Seine Augen, es waren stumpfe, graue und an den Rändern gerötete Augen, richteten sich auf mein Gesicht, und seine Miene nahm augenblicks einen Ausdruck runzliger Liebenswürdigkeit an. »Sie kommen«, sagte er, »im passenden Moment. Ich hatte die Nummer Ihres Hauses vergessen. Wie geht es Ihnen, Mr. Eden?« Ich war ein bisschen verwundert über seine vertrauliche Anrede, denn ich hatte den Mann nie zuvor zu Gesicht bekommen. Auch war ich etwas verärgert, dass er mich mit meinen Stiefeln unterm Arm erwischt hatte. Er bemerkte meinen Mangel an Herzlichkeit. »Fragen Sie sich, wer zum Teufel ich bin, was? Ein Freund. Lassen Sie mich Ihnen das versichern. Ich habe Sie schon früher gesehen, auch wenn Sie mich nicht bemerkt haben. Gibt's hier irgendwo einen Ort, wo ich mit Ihnen reden kann?« Ich zögerte. Die Schäbigkeit meines Zimmers oben war nicht für jeden Fremden geeignet. »Vielleicht«, sagte ich, »können wir die Straße entlang gehen. Ich bin unglücklicherweise nicht in der Lage.« Meine Geste erläuterte den Satz, ehe ich ihn ausgesprochen hatte. »Ist schon recht«, sagte er, »diese Angelegenheit von mir ist langatmig. Kommen Sie und speisen Sie mit mir zum Mittag, Mr. Eden. Ich bin ein alter Mann und nicht gut im Erklären und bei meiner piepsigen Stimme und dem Verkehrslärm.« Er legte überredend eine knochige, etwas zitternde Hand auf meinen Arm. Und so stimmte ich zu und ging mit ihm. Er führte mich ins Blavitzki. Ich musste langsam gehen, um mich seinen Schritten anzupassen. Und über einem solchen Lunch, wie ich ihn nie zuvor gekostet hatte, umging er geschickt meine Hauptfrage, und ich nahm genauere Notiz von seiner Erscheinung. Sein glatt rasiertes Gesicht war hager und faltig. Seine verwelkten Lippen senkten sich über eine Reihe falscher Zähne, und sein weißes Haar war dünn und ziemlich lang. Er wirkte klein auf mich, obwohl allerdings die meisten Leute klein auf mich wirken, und seine Schultern waren gebeugt und krumm. Und während ich ihn betrachtete, konnte ich nicht umhin zu bemerken, dass er mich gleichfalls musterte, wobei er seine Blicke mit einem seltsamen Anflug von Gier darin über mich streifen ließ, von meinen breiten Schultern bis zu meinen sonnengebräunten Händen und wieder hinauf zu meinem sommersprossigen Gesicht. Und jetzt, sagte er, als wir unsere Zigaretten anzündeten, muss ich Ihnen von der Sache erzählen, die ich vorhabe. Ich muss Ihnen also mitteilen, dass ich ein alter Mann bin, ein sehr alter Mann. Er hielt einen Augenblick inne. Und wie es sich trifft, habe ich Geld, das ich bald zurücklassen muss, und nicht einmal ein Kind habe ich, um es ihm zu vererben. Ich dachte an den Bauernfängertrick und beschloss, der Überreste meiner 500 Pfund wegen auf der Hut zu sein. Er fuhr fort, sich über seine Einsamkeit zu verbreiten und über den Verdruss, den er habe, eine passende Verwendung für sein Geld zu finden. Ich habe bald diesen Plan, bald jenen Plan erwogen. Wohltätige Stiftungen, Institutionen, Stipendien und Bibliotheken und schließlich bin ich zu der folgenden Lösung gekommen. Er heftete seinen Blick auf mein Gesicht. Dass ich irgendeinen jungen Burschen auftreiben will, ehrgeizig, von reiner Gesinnung und arm, gesund an Körper und Geist und ihn, kurz gesagt, zu meinem Erben machen, ihm alles geben, was ich besitze. Er wiederholte, ihm alles geben, was ich besitze, sodass er unversehens aus all dem Mühsal und all dem Kampf, in dem sich seine Eigenschaften entwickelt haben, herausgehoben wird zu Freiheit und Einflussreichtum. Ich versuchte desinteressiert zu erscheinen. Mit durchsichtiger Heuchelei sagte ich, »Und Sie wünschen meine Hilfe, womöglich meine professionellen Dienste, diese Person zu finden?« Er lächelte und blickte mich über seine Zigarette hinweg an, und ich lachte über seine stillschweigende Entlarvung meiner vorgeblichen Bescheidenheit. »Was für eine Karriere könnte solch ein Mann machen?« sagte er. »Es erfüllt mich mit Neid, daran zu denken, wie ich angehäuft habe, was ein anderer ausgeben kann. Doch es gibt Bedingungen, selbstverständlich. Auflagen, die zu erfüllen sind. Zum Beispiel muss derjenige meinen Namen annehmen. Sie können nicht alles erwarten, ohne irgendeine Gegenleistung. Und ich muss über seine sämtlichen Lebensumstände Bescheid wissen, ehe ich ihn akzeptieren kann. Er muss gesund sein. Ich muss seine Abstammung kennen, wissen, wie seine Eltern und Großeltern gestorben sind, die strecktesten Untersuchungen über sein persönliches sittliches Verhalten anstellen. Und verstehe ich wirklich richtig?« sagte ich, »dass ich?« »Ja«, sagte er beinahe heftig, »sieh, sieh!« Ich erwiderte kein Wort. Meine Fantasie war wild am Tanzen. Mein angeborener Skeptizismus war unfähig, ihre Ausbrüche zu mäßigen. Ich wusste nicht, was ich sagen, noch wie ich es sagen sollte. »Aber warum gerade ich?«, fragte ich zuletzt. »Er habe zufällig durch Professor Hasler von mir gehört,« sagte er, »als von einem vorbildlich gesunden und geistesklaren jungen Mann. Und er wünsche, so weitgehend wie möglich, sein Geld dort zu hinterlassen, wo Gesundheit und Integrität gesichert seien.« Das war mein erstes Treffen mit dem kleinen alten Mann. Er war geheimniskrämerisch bei sich selbst. Er wolle seinen Namen noch nicht nennen, sagte er. Und nachdem ich einige seiner Fragen beantwortet hatte, verließ er mich am Eingang des Blavitzki. Ich bemerkte, dass er eine Handvoll Goldmünzen aus seiner Tasche zog, als es zum Bezahlen des Lunches kam. Sein Insistieren auf körperliche Gesundheit war kurios. Entsprechend einer Abmachung, die wir getroffen hatten, suchte ich an jenem Tag bei der Loyal Insurance Company um eine hochdotierte Lebensversicherung nach. Und in der darauffolgenden Woche wurde ich von den medizinischen Beratern der Gesellschaft, bis zur Erschöpfung überprüft. Selbst das genügte ihm nicht. Und er bestand darauf, ich müsse noch einmal von dem großen Dr. Henderson untersucht werden. Es wurde Freitag in der Pfingstwoche, ehe er zu einer Entscheidung kam. Er rief mich recht spät am Abend, es war beinahe neun, vom Einpauken chemischer Gleichungen für mein Physikumsexamen herunter. Er stand im Hausflur unter der schwächlichen Gaslampe und sein Gesicht war ein groteskes Wechselspiel von Schatten. Er schien stärker gebeugt als damals, als ich ihn zuerst gesehen hatte, und seine Wangen waren ein wenig eingesunken. Seine Stimme zitterte vor Gefühlswallung. Alles ist zufriedenstellend, Mr. Eden, sagte er. Alles ist ganz, ganz zufriedenstellend. Und in dieser Nacht aller Nächte müssen Sie mit mir speisen und Ihre Thronfolge zelebrieren. Er wurde von einem Husten unterbrochen. Sie werden nicht lange zu warten haben, was dies betrifft, sagte er, während er sich mit seinem Taschentuch über die Lippen wischte und mit seiner unbeschäftigten, langen, knochigen Klaue meine Hand ergriff. Bestimmt nicht sehr lange zu warten haben. Wir traten auf die Straße und riefen eine Droschke. Ich entsinne mich lebhaft an jeden Umstand dieser Unternehmung. Die schnelle, bequeme Fahrt, den lebendigen Kontrast von Gas- und Öllampen und elektrischem Licht, die Menschenmengen in den Straßen, das Restaurant in der Regent Street, in das wir gingen und das verschwenderische Dinner, das man uns servierte. Ich war anfangs verunsichert durch die Blicke des wohlgedressten Kellners auf meine derbe Kleidung, irritiert von den Kernen der Oliven. Doch als der Champagner mein Blut wärmte, lebte mein Selbstvertrauen wieder auf. Zunächst sprach der alte Mann über sich selbst. Seinen Namen hatte er mir bereits in der Droschke genannt. Er war Egbert Elvesham, der große Philosoph, dessen Namen ich gekannt hatte, seit ich ein Schuljunge war. Es erschien mir unglaublich, dass dieser Mann, dessen Denken so früh das meinige beherrscht hatte, dass diese abstrakte Größe sich plötzlich als dieses hinfällige, vertraute Wesen herausstellen sollte. Er erzählte mir jetzt von der Zukunft, welche die kraftlosen Ströme seines Lebens schon bald für mich trockenlegen würden. Häuser, Urheberrechte, Investitionen. Ich hätte nie vermutet, dass Philosophen so reich seien. Mit einer Spur von Neid sah er zu, wie ich aß und trank. Was für eine Lebenskraft Sie besitzen, sagte er. Und dann mit einem Seufzer, den ich wohl für einen Seufzer der Erleichterung gehalten habe. Es wird nicht lange dauern. Ja, sagte ich, während mein Kopf jetzt vor Champagner kreiselte. Ich habe vielleicht eine Zukunft von einer hübsch angenehmen Art, dank Ihnen. Ich werde jetzt die Ehre haben, Ihren Namen zu tragen. Aber Sie haben eine Vergangenheit, eine solche Vergangenheit, die meine gesamte Zukunft aufwiegt. Er schüttelte den Kopf und lächelte, wie ich glaubte, in einer halb wehmütigen Anerkenntnis meiner schmeichelnden Bewunderung. Diese Zukunft, sagte er, würden Sie sie wahrhaftig eintauschen? Der Kellner kam mit Schnäpsen. Sie haben vielleicht nichts dagegen, meinen Namen anzunehmen, meine Position zu bekleiden. Aber würden Sie tatsächlich bereitwillig meine Jahre übernehmen? Mitsamt Ihren Leistungen, sagte ich zuvorkommend. Er lächelte erneut. Kümmel, für beide, gebot er dem Kellner und wandte seine Aufmerksamkeit einem kleinen Papierpäckchen zu, das er aus seiner Tasche gezogen hatte. Diese Stunde, sagte er, diese Nachdinnerstunde ist die Stunde der kleinen Dinge. Hier ist ein Stückchen meiner unpublizierten Weisheit. Er öffnete das Päckchen mit seinen zittrigen gelben Fingern und deutete auf ein bisschen blassrosa Pulver auf dem Papier. Dies, sagte er. Nun ja, Sie müssen erraten, was es ist. Seine großen, mattgrauen Augen beobachteten die meinen mit einem unergründlichen Ausdruck. Er teilte das Pulver zwischen den Gläschen auf und sich plötzlich mit einer seltsamen, unerwarteten Würde erhebend, streckte er mir seine Hand entgegen. Ich machte seine Aktion nach und die Gläser klangen. Auf eine rasche Nachfolge, sagte er und hob sein Glas an die Lippen. Nein, nein, nicht darauf, sagte ich hastig. Nicht darauf. Er hielt mit dem Schnaps auf Kinnhöhe inne, während seine Augen gegen die meinen blitzten. Auf, auf ein langes Leben, sagte er mit einem plötzlichen Gebell von Lachen und mit aufeinander gehefteten Blicken kippten wir die Gläschen hinunter. Seine Augen blickten starr in die meinen und als ich das Zeug hinabgleiten ließ, spürte ich eine sonderbar heftige Empfindung. Der erste Schluck davon versetzte mein Hirn in einen rasenden Tumult. Es kam mir vor, als fühlte ich in meinem Schädel eine tatsächliche physische Regung und meine Ohren erfüllte ein siedendes Gebrause. Ich hatte nicht Acht auf den Geschmack in meinem Mund, auf das Aroma, das meine Kehle füllte. Ich sah nur die graue Anspannung seines Blickes, der sich in mich einbrannte. Der Trank, die mentale Verwirrung, das Rauschen und Brausen in meinem Kopf schienen eine unbegrenzte Zeit anzuhalten. Seltsame, vage Eindrücke von halb vergessenen Dingen tanzten und schwanden am Rand meines Bewusstseins. Endlich brach er den Zauberbann. Mit einem plötzlichen, explosiven Seufzer setzte er sein Glas ab. Nun, sagte er. Es ist glorios, sagte ich, obwohl ich das Zeug nicht geschmeckt hatte. Mein Kopf war am Wirbeln. Ich setzte mich hin. Mein Hirn war ein Chaos. Dann wurde meine Wahrnehmung deutlich und detailliert, wie wenn ich die Dinge in einem konkarren Spiegel sähe. Sein Verhalten schien sich verändert zu haben, in etwas Nervöses und Hastiges. Er zog seine Uhr hervor und schaute grimassierend darauf. Ach, sieben nach elf. Und heute Nacht muss ich sieben Uhr fünfundzwanzig. Waterloo. Ich muss sofort los. Er rief nach der Rechnung und rang mit seinem Mantel. Diensteifrige Kellner kamen uns zu Hilfe. Einen Moment später war ich dabei, ihm lebwohl zu sagen, über das Trittbrett einer Droschke hinweg und noch immer mit einem absurden Empfinden minutiöser Deutlichkeit, als ob ich, wie kann ich es ausdrücken, durch ein umgedrehtes Opernglas nicht bloß sähe, sondern fühlte. Dieses Zeug, sagte er. Er führte seine Hand an die Stirn. Ich hätt's Ihnen nicht geben sollen. Es wird Ihnen morgen den Kopf zersprengen lassen. Warten Sie einen Moment. Hier. Er reichte mir ein kleines flaches Etwas heraus. Nehmen Sie das in Wasser aufgelöst ein, wenn Sie zu Bett gehen. Die andere Sache war eine Droge. Nicht bevor Sie reif fürs Bett sind. Denken Sie daran. Es wird Ihren Kopf klar machen. Das wär alles. Noch einmal. Handschlag. Futuros. Leben Sie wohl. Ich ging mit wirbelndem Hirn heim, vorbei an den Regent Street-Bummlern und durch die dunklen Seitenstraßen jenseits der Portland Road. Ich entsinne mich sehr lebhaft der Empfindungen bei jenem Marsch, seltsam wie sie waren. Ich war noch so weit ich selbst, dass ich meinen befremdlichen mentalen Zustand wahrnehmen konnte und mich fragte, ob dieses Zeug, das ich konsumiert hatte, Opium gewesen sei, eine Droge außerhalb meines Erfahrungsbereichs. Es ist schwer, jetzt die Eigentümlichkeit meiner absonderlichen geistigen Verfassung zu beschreiben. Geistige Verdoppelung könnte es vage ausdrücken. Als ich die Regent Street entlang schritt, bemerkte ich in meinem Kopf ein verqueres Überzeugtsein, dass es die Waterloo Station sei und verspürte einen komischen Impuls, in das Polytechnikum zu treten, so wie jemand in einen Zug einsteigen würde. Ich rieb mir mit einem Fingerknöchel die Augen und es war wieder die Regent Street. Wie kann ich es ausdrücken? Sie sehen einen geübten Schauspieler, der Sie ruhig anschaut. Er zieht eine Grimasse und siehe da, eine andere Person. Ist es zu überspannt, wenn ich Ihnen sage, dass es mir vorkam, als hätte die Regent Street augenblicksweise eben dies getan? Dann, nachdem ich überzeugt war, dass es wieder die Regent Street sei, wurde ich vom Auftauchen einiger fantastischer Reminiszenzen durcheinandergebracht. Vor dreißig Jahren, dachte ich, war es hier, dass ich mich mit meinem Bruder gestritten habe. Dann brach ich zur Verblüffung und Begeisterung einer Gruppe von Nachtschwärmern in Lachen aus. Vor dreißig Jahren habe ich noch nicht existiert und niemals in meinem Leben hatte ich mich eines Bruders rühmen können. Das Zeug war sicherlich ein flüssiger Narrenkram, denn der bittere Kummer um jenen verlorenen Bruder haftete weiter an mir. Entlang der Portland Road nahm der Irrsinn eine andere Wendung. Ich fing an, mich an verschwundene Läden zu erinnern und die Straße mit dem zu vergleichen, was sie früher gewesen war. Konfuses, getrübtes Denken ist begreiflich genug nach dem Getränk, das ich zu mir genommen hatte, aber was mich verwirrte, waren die absonderlich lebendigen, hirngespinstigen Erinnerungen, die sich in meinen Kopf geschlichen hatten. Und nicht bloß die Erinnerungen, die hineingekrochen, sondern gleichermaßen die Erinnerungen, die hinausgeschlüpft waren. Ich blieb vor dem Geschäft von Stevens, dem Naturgeschichtshändler, stehen und zermaterte mein Gehirn, um drauf zu kommen, was er mit mir zu tun habe. Ein Bus fuhr vorbei und klang exakt so wie das Geratte eines Eisenbahnzuges. Mir war, als tauchte ich in irgendeinem dunklen entlegenen Schacht nach der Erinnerung. Natürlich, sagte ich zuletzt, er hat mir für morgen drei Frösche versprochen. Merkwürdig, dass ich das vergessen haben sollte. Ich ging durch die Houston Road zur Tottenham Court Road, verwirrt und ein bisschen verängstigt. Ich bog in die University Street ein, um festzustellen, dass ich meine Hausnummer vergessen hatte. Nur mittels großer Anstrengung rief ich mir die 11a ins Gedächtnis zurück und selbst dann schien es mir, dass dies etwas sei, dass mir irgendeine vergessene Person einmal mitgeteilt hatte. Ich versuchte mein Inneres durch Rückbesinnung auf die Vorgänge beim Dinner zu festigen. Doch ums liebe Leben vermochte ich kein Bild vom Gesicht meines Gastgebers herauf zu beschwören. Ich sah ihn lediglich als einen schattenhaften Umriss, so wie man sich gespiegelt in einer Fensterscheibe sehen würde, durch die man schaut. Statt seiner jedoch hatte ich eine merkwürdige äußerliche Vision von mir selbst, an einem Tisch sitzend, erregt, glänzenden Auges und geschwätzig. Ich muss dieses andere Pulver einnehmen, sagte ich, das hier wird langsam unerträglich. Ich bemühte mich auf der falschen Seite des Hausflurs um meine Kerze und die Streichhölzer und war im Zweifel, auf welchem Absatz mein Zimmer liegen könnte. Ich bin betrunken, sagte ich, das ist sicher und stolperte überflüssigerweise im Treppenhaus, um die Aussage zu erhärten. Auf den ersten Blick wirkte mein Zimmer unvertraut. Was für ein Quatsch, sagte ich und starrte um mich her. Durch diese Tat schien ich mich zu mir selbst zurück zu bringen und die sonderbar unwirkliche Beschaffenheit ging in die konkret gewohnte über. Da war mein alter Spiegel mit meinen in die Ecke des Rahmens gehefteten Notizen. Da war mein auf den Fußboden geworfene Alltagsanzug. Und doch war es am Ende nicht völlig real. Ich spürte, wie sich ein idiotisches Überzeugtsein gleichsam in mein Denken einzuschleichen suchte, dass ich in einem Eisenbahnwagon säße, in einem geradhaltenden Zug und dass ich aus dem Fenster auf irgendeinen unbekannten Bahnhof schaute. Ich umfasste kräftig das Bettgeländer, um mich meiner selbst zu vergewissern. Es war, als ob das Bild meiner akuten Empfindungen über irgendein anderes Bild gemalt sei, das hindurch zu scheinen trachtete. Verflucht, sagte ich, mein Verstand lässt nach, oder bin ich an zwei Orten zugleich? Halb ausgekleidet schüttelte ich das Pulver in ein Glas und trank es aus. Es sprudelte und nahm eine fluoreszierende Bernsteinfarbe an. Ehe ich noch im Bett war, war mein Denken schon ruhig gestellt. Ich fühlte das Kissen an meiner Wange und danach muss ich in Schlaf gesunken sein. Ich erwachte abrupt aus einem Traum von befremdlichen Bestien und befand mich auf dem Rücken liegend. Wahrscheinlich kennt jeder solch grässlich emotionalen Traum, aus dem man zwar wach, doch seltsam eingeschüchtert herauskommt. Ich hatte einen sonderbaren Geschmack im Mund, ein Müdigkeitsgefühl in meinen Gliedmaßen, ein Empfinden körperlichen Unwohlseins. Ich lag regungslos da mit dem Kopf auf meinem Kissen und in der Hoffnung, dass mein Gefühl von Fremdheit und Grauen vergehen und ich dann wieder eindösen und schlafen würde. Doch stattdessen nahmen meine unbehaglichen Empfindungen zu. Anfangs konnte ich um mich her nichts verkehrtes erkennen. Es herrschte ein schwaches Licht im Zimmer und die Möbel traten daraus hervor wie vage Flecken absoluten Düsters. Ich starrte umher meine Augen gerade eben über der Bettdecke. Es kam mir in den Sinn, dass irgendjemand in das Zimmer gedrungen sei, um mich zu berauben. Doch nachdem ich ein paar Augenblicke dargelegen hatte, gleichmäßig atmend, um Schlaf vorzutäuschen, erkannte ich, dass dies reine Einbildung war. Nichtsdestotrotz die beklommene Gewissheit, dass irgendetwas nicht in Ordnung sei, behielt mich fest im Griff. Ich schaute auf die undeutlichen Formen um mich, die größeren oder geringeren Düsternisse, welche Vorhänge, Tisch, Feuerstelle, Bücherborde und sofort anzeigten. Da begann ich, irgendetwas Unvertrautes in den Formen der Dunkelheit wahrzunehmen. Hatte das Bett sich umgedreht? Drüben sollten doch die Bücherregale sein, und dort erhob sich etwas Verhülltes und Blasses, etwas, das den Bücherregalen nicht entsprechen konnte. Ein kindisches Grauen überwindend schlug ich die Bettdecke zurück und streckte mein Bein aus dem Bett. Statt von meinem niedrigen Rollbett auf den Boden zu gelangen, merkte ich, dass mein Fuß kaum die Unterkante der Matratze erreichte. Ich machte sozusagen einen weiteren Schritt und setzte mich an der Bettkante auf. Seitlich neben meinem Bett hätte die Kerze samt den Streichhölzern auf dem kaputten Stuhl stehen sollen. Ich reckte meine Hand danach aus und ergriff nichts. Ich wedelte mit der Hand im Dunkeln herum und sie stieß gegen irgendetwas schwer herabhängendes weich und dicht in der Textur das bei meiner Berührung ein raschelndes Geräusch von sich gab. Ich packte es und zog daran. Es schien ein Vorhang zu sein aufgehängt über dem Kopf Ende meines Bettes. Jetzt war ich durch und durch wach und fing an zu realisieren, dass ich mich in einem fremden Zimmer befand. Ich war verwirrt. Ich versuchte mir die Ereignisse der vorangegangenen Nacht zurückzurufen und konnte mich jetzt kurios genug lebhaft daran erinnern. An das Abendessen, meinen Empfang der kleinen Päckchen, meine verwunderte Frage, ob ich betrunken sei, mein langsames Auskleiden, die Kühle des Kissens an meinem erhitzten Gesicht. Ich verspürte ein plötzliches Misstrauen. War das letzte Nacht oder die Nacht davor? In jedem Fall war dieses Zimmer mir fremd und ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich da hineingelangt war. Ich stand auf und war überrascht von einem seltsamen Gefühl der Schwäche und Unsicherheit. Mit zitternden, ausgestreckten Händen ging ich langsam auf das Fenster zu, um die Jalousienkordel zu finden. Zufällig bekam ich die Quaste zu fassen und mit dem Einschnappen einer Feder schnellte die Jalousie nach oben. Ich fand mich dabei, hinaus auf eine Szenerie zu blicken, die mir ganz und gar fremd war. Die Nacht war trübe und durch das flockige Grau der aufgetürmten Wolken hindurch sickerte ein kraftloses Halblicht der Morgendämmerung. Bloß am äußersten Rand des Himmels wies der Wolkenbaldachin einen blutroten Saum auf. Darunter war alles dunkel und verschwommen. Fahle Hügel in der Ferne, eine unbestimmte Menge von Gebäuden zu Spitztürmen emporwachsend, Bäume wie vergossene Tinte und unter dem Fenster ein Flechtwerk von schwarzen Büschen und blassgrauen Pfaden. Ich wandte meinen Blick wieder dem Zimmer zu. Jetzt, da die Jalousie oben war, tauchten blasse Schemen der Einrichtung aus der Dunkelheit auf. Da stand ein gewaltiges mit Vorhängen versehenes Bett und die Feuerstelle an dessen Fußende besaß eine große, weiße Ummantlung mit einem gewissen Schimmer von Marmor. Ich lehnte mich gegen den Toilettentisch, schloss meine Augen und machte sie wieder auf, versuchte zu denken. Die ganze Sache war bei weitem zu real für einen Traum. Ich neigte zu der Vorstellung, dass da immer noch irgendeine Lücke in meinem Gedächtnis bestehe, als schon zu meiner Erbschaft gekommen sei und plötzlich meine Erinnerung an alles verloren hätte, seit mir mein Glücksfall verkündet worden war. Vielleicht, wenn ich nur ein bisschen wartete, würden mir die Dinge wieder klarer werden. Indes war mir mein Dinner mit dem alten Elvisham jetzt eigentümlich lebendig und gegenwärtig. Der Champagner, die achtsamen Kellner, das Pulver und die Schnäpse, ich hätte meine Seele darauf wetten können, dass ich all dies ein paar Stunden zuvor abgespielt hatte. Und dann geschah etwas, eine Sache so trivial und doch so furchtbar für mich, dass ich noch jetzt davor erschaudere, an jenen Moment zu denken. Ich sprach laut. Ich sagte, wie zum Teufel bin ich hierher geraten? Und die Stimme war nicht meine eigene. Sie war nicht meine eigene. Sie war dünn. Die Artikulation war nuschelig. Die Resonanz meiner Gesichtsknochen war anders. Darauf fuhr ich, um mich meiner selbst zu vergewissern, mit der einen Hand über die andere und spürte lose Hautfalten. Die knochige Schlaffheit hohen Alters. Bestimmt, sagte ich mit jener horriblen Stimme, die sich irgendwie in meiner Kehle eingenistet hatte, bestimmt steckte ich meine Finger in den Mund. Meine Zähne waren fort. Meine Fingerspitzen fuhren über die schlappe Oberfläche eines platten Streifens von verkümmertem Zahnfleisch. Mir wurde schlecht vor Bestürzung und Ekel. Zahnfleisch.